Der Frontman der berühmten Rockband Green Day Billy Joe Armstrong war zu Besuch in Vigiano. Genau wie Giano ist das Dorf, aus dem seine Vorfahren kamen, und zwar Petro Marsicaro und Teresa Nigro, die beide in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Barclay, Kalifornien ausgewandert waren. Deren erster Sohn Andrew Marsicaro brachte seine Tochter Frances zur Welt, die wiederum ihr Sohn Andrew Marsicaro Armstrong bekam, der später der Vater von Billy wurde. Eine starke Bindung entwickelte sich für Billy, der Mitte Februar herausfand, dass er lukanische Vorfahren hatte und sich sofort in Kontakt mit dem Bürgermeister von Vigiano, Amedeo Cicala, gesetzt hatte. Der Bürgermeister lud Billy und seine Familie im Land der Arpa und der Madonna Nera ein. Dieser Besuch sollte geheim gehalten werden, bis zum Zeitpunkt der Übergabe der Ehrenbürgerschaft. Aber bei den Fans sprach sich die Nachricht herum und Billy postete Bilder von seiner Reise nach Vigiano, welche er danach von hunderten Fans erwartet wurde. Diese Zuneigung war so groß, dass er seine Vorfahren Marsicaro Negro umarmte und ihn in deren Häuser unter anderem auch von deren Urgroßeltern erwarteten. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe wirklich keine Worte, aber ich möchte einfach wieder zurück nach Vigiano, mit der Familie und mit Freunden. Ich habe keine Worte, aber ich möchte nur gerne wieder zurück in Vigiano, mit meinen Eltern, mit meiner Familie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.